Herzlich Willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Überwachungsdrohne, die Stillsande. Genau hier sind wir stehen geblieben. Und hier schwirrt irgendwo eine Drohne rum. Was haben wir denn da oben? Ein Grünglanzfragment. Da schauen wir doch gleich mal, ob wir da hochkommen. Offensichtlich. Okay, von da drüben vielleicht. Mal sehen. Halt, nimm schon mit. Hä, warum nimmst du das? Ja, bitte. Gut. Vielleicht von hier oben. Wir schauen uns mal das Fragment an. Wir brauchen die alle, um die Ausrüstung... Oh, die Drohne. Die markieren wir uns erstmal. Können wir die markieren? So, jetzt haben wir sie erstmal markiert. Das ist gut. Ja, irgendwo raufklettern. Das siehst du richtig. Aber hier gibt es keine Wege hochzukommen. Von da drüben vielleicht rüber gleiten. Ja, das sieht gut aus. Was haben wir denn hier Schönes? Von hier drüben könnten wir erstmal... Na los, komm. Hallo. Ja, hier geht's hoch. Das sieht gut aus. Wir holen uns aber erstmal das Fragment. Da klettern wir mal hoch auf dieses schöne Türmchen. Haben wir hier oben irgendwas? Okay, da hätten wir auch so hochgekonnt. Ähm... Das Fragment da unten. Oh ja, ich bin gespannt. Können wir das vielleicht... Nee. Okay. Das könnte vielleicht gerade so gehen. Natürlich... Nicht. Mhm. Geht's eigentlich noch höher? Nicht, ja. Wir holen uns erstmal, was wir hier so... Okay, wir gehen mal da rein. Wenn's da rein... Geh... Ja. Was ist da unten gewesen? Ja, komm. Hier's... Krieg mal da durch. Krieg da nicht rein. Doch, doch, doch. Krieg ruhig rein. Alles schwarzes Armband. So, wieder raus da. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ein schönes... Lager... Was ist denn da hinten? Lagerfeuer. Gott. Ja, dann machen wir das so. Ein Kistchen da, ein Kistchen hier. Hm. Das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt. Jetzt ging's. Hier, dieses Kistchen. Und geht's hier noch höher? Kein... Mhm. Da drüben. Okay, da drüben geht's hoch. Hier. Man kann das... Okay, hallo. Nein! Oh, was machst du denn? Ich glaube, in den Optionen hab ich ein, zwei Sachen eingestellt. Und da gab's eine Option... ...dass man die... ...die Haken, die Griffe und so weiter... ...dauerhaft anzeigen kann. Aber ich hab das nicht. Das sieht ja so bescheiden aus. Ich hätte's gern so wie in Assassin's Creed. Ähm... Hier geht's noch eins höher. Okay, aber hier komm ich nicht... Das ist ja viel zu hoch. Da komm ich nicht hin. Okay, das war gut. Hier war irgendwo was. Okay, ganz da unten. Natürlich. Wie soll es auch anders sein? Das andere... Halt, die Kiste war hier oben. Hä? Nee, doch da unten. Achso, von der anderen Seite. Okay, hier komm ich ran. Und dann ist... ...der anderen Seite noch... Oh, ist das schön versteckt hier. Haha. Das haben wir... Was haben wir denn da? Haben wir was Besonderes bekommen? Sprengfalle. Na gut. Aber das war schön versteckt. So, dann wieder hoch mit uns. Ähm... Hier, die Kiste nimmer. Ach, manu. So, jetzt. Die Kiste hier nehmen wir auf. Okay, dann geht's noch ein Stück höher. Sind wir wieder auf dem Turm. Ja. Sind wir wieder auf dem Türmchen. Nein! Ah, gehen wir hier rüber. Oder ist das ein anderer Turm? Ah, gehen wir hier rüber. Und dann hoch mit dir. Ja. Okay, hier können wir... Hier können wir rauf. Ja, aber wo hält sie an? Oh. Nein! Oh Mann, ich war zu spät mit dem... Mit dem falscher Manu. Oh, das war aber... Was ist denn da los? Na gut. Gut, dann gehen wir die Sache nochmal an. Das Ding haben wir noch nicht. Ja. Aber haben wir die drüben... Die Sachen, die jetzt hier hüben sind? Müssen wir die alle nochmal einsammeln? Oder... Okay, scheinbar sind die... Ja, natürlich. Die sind scheinbar eingesammelt. Mhm. Na, danke auch. Man kann hier nicht einfach so hoch springen. Das geht natürlich nicht. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Ja, danke. Dass du mich drauf hinweist. Und hier kann ich nichts rausnehmen. Habe ich schon, ne? Das ist wirklich nett von dir. Da hinten war noch was. Hallo. Ja, sind wir wieder hier an der schönen Stelle. Ja. Okay, wir gehen erstmal hier unten nochmal lang. Süß da. Haben wir hier noch was. Wir scannen mal die Gegend. Ein bisschen. Das ist die Greifpunkte. Was ist denn da? Ach, war das die Drohne? Ach nee, da drüben ist der Grünglanz. Oder ist das ein... Ein anderer? Nee, das ist schon der, den wir... Den wir gerne haben möchten. Ja. Na gut. Wir gehen mal hier hoch. Nee, wir gehen mal ganz straight hoch. Und versuchen mal die Sache. Wo ist jetzt die Drohne hin? Kann ich den Pfad markieren oder... Spur markieren. Wo ist denn der entscheidende Point? Da komme ich nicht ran. Hier ist der Point. Hier. Dann warten wir mal. Die kommt ja bestimmt gleich angerauscht. Hallo? Komm. Oh, da drüben auf die Pagode. Da ist er. Los, du wartest jetzt genau hier und ich krieg dich. Hoffe ich. Bitte? Jawoll. Ab nach unten. Genau so sieht es nämlich aus. Da haben wir die stillsandte Drohne. Können wir bei... Bei... Können wir bei Gaia... So, Modul... Ja, hier steht das nicht, ne? Wenn ich hier drauf klicke. Nein. Die Quest aktivieren wir. Das sieht man nur im Inventar unter... Specials. Was haben wir denn hier noch? Ornament ruhelose Wildnis. Das haben wir gefunden, ja. Und hier haben wir die Überwachungsdrohne. Modul 367. Ach so, das muss ich aktivieren. Und dann steht da da... Halt, wo... Flugschreiber? Ach nein. Das Modul packe ich ja dann bei Gaia in den... In den Projektor. Ja. Dankeschön haben wir. Drei von zehn haben wir schon verbunden. Und jetzt haben wir die vierte. Oh, da kommen wir da hoch. Hallo? Komm, sag mir, dass wir da hoch können. Ja, das sieht gut aus. Da klettern wir doch mal den kleinen Eiffelturm... In Vegas hoch. Und springen. Na los. Ne, will sie nicht. Na dann, hier so. Umwege. Gott. Ja. Das klappte gut. Na los. Und jetzt, hier rüber. Kann man dann gucken. Und dann. Jawohl. Ja, und nun? Haben wir aber den Überblick. Wir scannt die Sache mal. Ja. Ha. Der Grünglanz ist genau dahinter. Okay, 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 okay. Uh. Feuer könnte viel Schaden verursachen. Feuer also. Aber da drüben ist ja interessant. Ich glaube, da gleiten wir mal hoch. Was? Oh, da kann man sogar rein. Das könnte eine Reliktruine sein. Blockierter Weg. Ja, wir suchen in den Ruinen nach einem Weg unter die Erde. Das stimmt, aber wir finden halt nichts. Äh, was haben wir denn? Ja, Feuer, weißt du. Haben wir denn den Feuerbogen nicht einmal irgendwie ausgerüstet? Ach, ist uns egal. Wir bleiben bei dem schneidenden Jägerbogen. Mist. Ja. Ach. Ja, es ist schwierig. Ich muss da natürlich den Flügel wieder... Ah, sind wir schon wieder hier? Sind wir schon wieder hier? Okay, ich gehe jetzt diesmal da hoch und versuche nochmal, den Grünglanz zu bekommen. Und dann gehen wir nochmal auf den Eiffelturm vielleicht. Weiß noch nicht. Ähm. So. Ein bisschen Anlauf wäre natürlich cool, aber schwierig. Nee, es sieht echt schwierig aus. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das schaffen. Also erstmal noch nicht. Wir schaffen das erstmal noch nicht. Oder ich weiß einfach die Technik nicht. Aus dem Gebäude fließt Wasser. Oh. Ist das Poseidons Werk? Ich schaue mir das an. Die überflutete Ruine. Das ist die da? Okay. Ich denke mal, das ist die. Ja, das ist die... Fakode, sag ich mal. Okay, dann haben wir einen wichtigen Schritt getan. Ja. Okay, wir gehen mal die Sache von unten nach oben. Turm der Tränen. Na los, komm. Gib schon. Ach so, aufbrechen. Ja, machen wir. Gib mir was Schönes. Was richtig Schönes. Ein Hammerstoß-Bolzenschießer. Metallknochen, geflochtener Draht, robuste Panzerplatte. Den Bolzenschießer. Hammerstoß-Bolzenschießer. Der ist doch bestimmt... Ja, ich hätte gedacht, der wäre ganz unten. Aber... Pustekuchen. Mann. Hammerstoß-Bolzenschießer. Wir rüsten den mal aus. Auf, keine Ahnung, hier. Schock-Kriegerbogen. Wir bearbeiten mal die Spulen. Äh, was macht der denn? Warte mal erstmal kurz. Können wir da nochmal drauf? Nee. Vorteile. Skritt. Der macht Kritt. Okay, dann können wir vielleicht eine Krittspule reinhauen. Niederschlagsschaden. Schnelles Lachladen. Tarn. Position. Stoß. Kritt. Komm. Wir hauen den einfach rein. Haben wir noch einen anderen Kritt? Das war jetzt 10%. Kritt 7. Können wir den... Naja. Was haben wir hier noch? Feuer und so weiter. Okay. Kritt haben wir. Und dann schauen wir uns mal... Oh, 90 Bolzen. Gut, die können natürlich nicht so weit schießen, ne? Aber ist spannend. Ähm... Kann ich... Kann ich... Nein. Ähm... Äh... Äh... Nicht Munition, sondern... Heiltränke herstellen. Ging das nur? Ah, ich glaub das ging nur... Ja, haben wir uns schon mal angeguckt. Aber durch den Tod... Okay, keine Heiltränke. Schade. Wir haben jetzt mal so ein Riesen... Was ist denn das da drüben? Nur ein Feuer? Oh, toll. Hat doch nicht... Irgendjemand... ...ist hier. Hier, machen wir mal kurz einen. Oh, ne manuelle Speicherung machen wir jetzt mal. Komm, da sind wir einfach mal. Neuer Spielstand. Weil die Schnellspeicherung wird immer überspeichert. Das ist leider... So, hier unten scheint nichts weiter zu sein. Zweite Etage. Schauen wir uns... Ausrüstung. Hä? Schauen wir uns hier weiter rum. Wo ist denn hier eine Werkbank? Hier, ne? Ach, da hinten ist die Werkbank. Oh, das... Das... Hä? Schauen wir mal das. Dann hier. Wo ist denn die Werkbank? Ich hätte gleich mal ein paar... Hier. Kann ich das abfackeln? Was ist das? Greifpunkt. Kann ich das irgendwie abfackeln? Ein Feuer. Ja, das ist so teuer. Wir rüsten mal noch einen Feuerbogen aus. Wenn wir sowas denn haben. Frost. Schock. Sonnen. Berührter. Spulen bearbeiten. Der macht doch... Ist doch Feuer, oder? Ist eine Trophäe. Mächtige, kritische Treffer. Ich denke mal, das ist Feuer. Also machen wir da Feuer drauf. Genau, Feuer. Sehr gut. Und rüsten den mal aus. Und machen den mal hier oben drauf. Und jetzt müssen da Feuerpfeile sein. Feuerjägerpfeile. Und das zweite sind... Normale Jägerpfeile. Okay. 14. Und der hier macht... 19,24. Da macht 24. Also muss ich für den... Uh, da muss ich aber... Okay. Nee, das nützt mir nichts. Gibt's denn für jeden Bogen... Für jede Pfeilart ein extra... Hier? Auch nicht. Okay, betreten. Was ist denn hier los? Ich hatte sie fast. Ich war so nah dran. Am Ertrinken vielleicht. Nicht an den Glimmern. Morland. Es ist vorbei. Nein, nicht für mich. Dann wirst du sterben. Allein. Denn wir bleiben nicht hier, um die Leiche herauszufischen. Wir sind fertig. So stand das Schicksal des Visionärs auf Messers Schneide. Würde er das Leben wählen? Oder dem tödlichen Wahn unterliegen? Hallo? Also, eine alte Stadt unterm Sand, aber überflutet. Plötzlich taucht eine Nora Speerjungfer auf. Ja, schon gut. Also, ihr seid schon mal keine normalen Stöberer. So viel steht fest. Was ist das? Ich nenne es Tauchblase. Das ist Modell 1. Modell 2 war besser, ist aber stecken geblieben. Der Luftkanal blieb hängen. Du bist getaucht. Du bist getaucht. Ja. Ein Laie versteht wohl kaum was. Das ist ziemlich schlau. Oh, tut mir leid. Nur zur Erinnerung. Du warst eingeklemmt und wärst fast ertrunken. Es müsste natürlich tragbar sein. Hm. Ein Maschinenknie vielleicht? Man braucht einen Filter. Eine synthetische Membran reicht. Mit einem Schlauch zu einer... Druckluftkapsel. Hammer und Zahn. Was ist das? Was passiert hier gerade? Was? Komm hier rüber. Uh-uh. Sie ist eine Fremde. Wie heißt du? Aloy. Marland. Sie ist keine Fremde mehr. Verdammter Idiot. Na los. Ich hab noch die Original-Skizzen hier. Oh. Ähm. Warte. Vorher hab ich ein paar Fragen. In Ordnung. Partner. Partner? Ignorier es. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Erstmal, was ist denn passiert? Was genau ist da unten passiert? Eine unvergleichliche Stöberaktion. Eine Chance, in Opas Fußstapfen zu treten. Unter diesem Gebäude liegt ein Hohlraum. Eine Kuppel. Komplett vor Sand geschützt. Wir bauten diesen Aufzug für einen leichten Zugang. Ziemlich komplexes Ding. War gar nicht so leicht zu... Ja? Nochmal? Was ist passiert? Ganz unten... ...sahen wir die Schätze, die mein Opa zuerst entdeckt hatte. Alle Arten gemalter Bilder in der Luft. Tanzende Frauen. Spiele und Münzen und Verheißungen auf Jackpots. Was auch immer das ist, ist bestimmt was Gutes. Aber dann... ...lief etwas schief. Alle Bilder wurden lautisch. Wellen durchzogen sie, sogar Fische. Wie ein seltsamer Unterwassertraum. ...Poseidons Traum. ...Poseidons Traum. Ja. Tja. Plötzlich war ein fürchterliches Rauschen zu hören und dann... ...explodierte das Wasser aus dem Boden. Hm. Explodierendes Wasser? Erzähl mir mehr. Das Wasser schoss einfach aus dem Boden und flutete alles? Eine tosende Flut. Einfach unglaublich. Wir rannten zum Aufzug und waren gerade oben, als die Welle unter uns zusammenschlug. Ich wollte... ...nicht aufgeben und baute die... ...Tauchblasen. Modell 1 und 2. Bin mit beiden getaucht und jedes Mal beinahe ertrumpen. Aber dann ist außer sich. Hält mich für verrückt. Aber ich kann nicht aufgeben. Nicht jetzt. Die Glimmer sind... ...in greifbarer Nähe. Vielleicht kann ich helfen. Ja. Vielleicht. Wir können auf jeden Fall helfen. Ja, ähm... Warum bist du hier, haben wir jetzt ja schon teilweise erfahren. Aber wahrscheinlich erfahren wir jetzt noch mehr. Was da unten ist so wichtig, dass du dein Leben riskierst. Äh, äh... Also... Äh... Äh... Morland, Beute interessiert mich nicht. Okay? Was du da unten findest, gehört dir. Na gut. Das sagt noch sie. Was, wenn ich dir sage, dass wir nach den spektakulärsten Schätzen tauchen, die es jemals gab? Ich würde sagen, raus damit. Du bist direkt. Gefällt mir. Sieh her. Ein Glimmer. Sieht eher wie Schrott aus. Ja, jetzt schon. Aber... Aber... Mit dem richtigen Funken malen diese herrlichen Erzeugnisse der alten, faszinierende Bilder in die Luft. Und die Ruinen unten sind voll davon. Ein unbeschreiblicher Augenschmaus. Genau wie Opa es versprochen hat. Hm, Großvater. Wie hat dein Großvater diese Glimmer entdeckt? Er war hier. Vor etwa 40 Jahren. Er führte als einer der ersten Stöberer nach Westen. Er entdeckte die alte Stadt um uns herum und drang tief in dieses Gebäude vor. Er fand die Höhle darunter voller strahlender Glimmer. Brachte so viele nach Hause, wie er tragen konnte. Er wollte immer hierher zurück und mehr holen, aber er hatte nie genug Scherben dafür. Eigentlich wollte er mit den Glimmern eine Vorstellung geben. Eine, wie sie die Welt noch nie sah. Klingt sehr beeindruckend. Ein echter Stöberer. Und Künstler. Er fehlt mir. Aber ich werde ihn stolz machen. Ich hole die Glimmer und veranstalte ein Spektakel, das ihn umgehauen hätte. Mit deiner Hilfe. Natürlich. Natürlich. So, die Glimmer. Also irgendein Projektor oder was? Und diese Glimmer projizieren Bilder? Gemälde aus Licht. Ganz unglaublich. Dieser hier zeigte mir die schönste Frau, die ich je sah. Sie lud alle zu einem Buffet mit Hummer und köstlichem Fleisch. Ich habe es als Kind hunderte Male in der Werkstatt meines Opas angesehen. Was ist damit passiert? Mit der Zeit erlöschen sie. Ich weinte, als es bei diesem passierte. Aber unten gibt es viele mehr. Wenn du dort bist, wirst du es sehen. So wie ich und mein Opa vor mir. Hm, vielleicht ist da eine Energiequelle drin. Ja, erzähl mir erst mal was über deine Freunde. Ihr kommt mir nicht wie normale Stöberer vor. Wir sind gar keine Stöberer. Wir sind Künstler. Wie Darsteller? Eine Nora. Kennt sich mit Kunst natürlich nicht aus. Was? Wir veranstalten Spektakel überall im Anrecht. Stemur erzählt Geschichten. Und ich ergänze ihn mit Geräuschen und Feuerwerk. Und Evidence, tja. Meckert kümmert sich ums Geschäft, was aufs selbe hinausläuft. Beim Stöbern suchen wir Sachen für meine Theaterkunst. Genau deshalb ist diese Aktion die Allerwichtigste. Ja, das klingt nicht schlecht. Also ich würde mich anbieten, ne? Wie tief ist es? Kann ich runterschwimmen? Wenn du Kiemen hast. Man könnte 50 Fässer am Schacht stapeln. Für Oseram sind Fässer die passende Maßeinheit. Es ist die Tiefe von Wasser, also passt es. Wie dem auch sei. Es ist zu tief zum Luftanhalten. Daher unsere Erfindung. Ich will die unbedingt haben. Ich besorg die Teile. Dann hole ich mal diese Teile. Im Modell 2 befindet sich eine intakte Druckluftkapsel. Aber wie gesagt, es steckt im Schacht fest. Wenn du von dort lebend hochkommen konntest, kann ich runterschwimmen. Okay. Für die anderen Teile könnte sich eine Herde eignen, die Stemur südlich von hier gesichtet hat. In Ordnung. Gut. Komm zurück, wenn du alles hast. Gute Jagd. Das wird es. Das Meer aus Sand. Wir schauen da mal rein. Bei der Verfolgung von Poseidon, einer von Gaias Unterfunktionen, muss Aloy durch eine weite Wüste reisen, um die Ruinen von Las Vegas zu erreichen. Maschinenteile müssen wir sammeln und die Druckluftkapsel müssen wir bergen. Aktiv. 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 Nun dann. Ja, 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 ja. Wir schauen uns erstmal hier nochmal um. Ähm, da stellen wir erstmal ein bisschen, äh, achso, erstmal Kategorien auffüllen, genau. Ist da jetzt auch der, oh, die Heildränke haben sich auch aufgefüllt. Ja, genau, haben sich auch aufgefüllt. Ich dachte, wir würden diesen Ort endlich hinter uns lassen. Tja. Was haben wir denn da? Zum Glück ist Aloy aufgetaut. Ja. Abwarten. Je länger sie in der Wüste verwalten, desto mürrischer wurde der Scherz. Okay, wo geht's denn hier hoch? Wir schauen uns erstmal noch ein bisschen um, ne? Was haben wir hier? Ist der Schacht? Kommen wir noch höher? Ich will erstmal da noch ein Stück höher eigentlich. Ich will mir erstmal nochmal den... Ja. Den Turm anschauen. Warum ich da nicht von außen muss? Ja, ich will die Herde jetzt noch nicht. Ich will erst nochmal ein Stück höher auf den Turm. Wo ist denn der Eiffelturm gewesen? Eif... Eifel... Da ist der Eiffelturm. Von da könnte ich auf den Turm hier rauf schweben. Ja. Okay. Dann lassen wir das erstmal sein und probieren es dann später. Also. Der Schacht ruft. Wir schauen uns die Sache hier mal an. Die Dünenhöhle. Na, das probieren wir mal raus. Und? Was hat mich das jetzt hier... Hm. Ja, das sieht gut so aus. Was ist hier? Irgendwann werde ich schon trocknen.